Ja, mein Name ist Paul Göttler und ich betreibe das Pauls in Linz. Ich komme selber aus der Küche, habe für die besten Küche der Welt arbeiten dürfen und bin dann irgendwann einmal mit der Idee nach Linz wieder zurückgekommen. Jetzt mache ich mich selbstständig, aber dann bitte so, dass es etwas anderes ist. Lieblingsgerichte auf der Karte ist ein Thema, ich weiß nicht, ob ich sowas sagen soll, dann werde ich gelünkt von meinen Freunden. Es ist ein veganes Gericht. Ach so, verstehe. Was mir persönlich einfach an dem Konzept daugt, ist, wir haben viele Kleinigkeiten zur Auswahl, also lauter kleinen Etappen, also man kann teilen, man kommuniziert am Tisch, also man hat einfach wieder ein Gaudi beim Essen und es ist laut und es ist ein bisschen ganz leicht crazy. Bernstein funktioniert für uns als Aperitif, als alkoholfreier Aperitif, wird sehr gut angenommen und ich persönlich mache es sehr gerne. Feierabend kann schon mal Gin reinfliegen, das passt auch super.